Also meine Familie war derzeit gerade im Urlaub in Italien. Ich habe die dann angerufen und habe meine Schwester ans Telefon gekriegt. Und es gibt ein Foto aus dem Moment von ihr, wie sie mit dem Telefon da sitzt, irgendwo in Venedig. Und als ich ihr gerade sage, dass ich nach Tadjikistan gehe und sie sitzt wirklich so. Also ich glaube, ich kann den Gesichtsausdruck nicht nachmachen, aber es ist so hier.